jetzt okay sauber also wir kommen auf berlin der allerechte der allerechte und hier ist der gute kule wo ich darf mal heute sein buggy fahren den haben wir gerade abgeholt dachte man wenn es schon schneit dann können wir hier auch driften wenn man schon nicht motorrad fahren können ich war jetzt das erste mal so ein ding also wahrscheinlich einfach aufsteigen nein 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 wir sind hier auf dem privat geländer aus sprich nicht anschneiden zündung an und dann einfach der geht ja richtig quer alter das war zu viel also ich fahre das erste mal so ein ding ich muss erst mal das driften lernen so wie macht er das ja das war zu viel das war zu viel das war zu viel nein nämlich matthias bei mir die digger von war von fabio wird mal zu matthias bei mir die ich habe ja noch nie gedriftet in meinem leben ich weiß ja nicht wie das ist mit gefühl am gas nein komm mit hier okay let's go ich sehe nicht okay sorry sorry Nigga, das wollte ich nicht Sorry So, ich komme Matthias, mal mir die So, ich komme Man muss sich nur ein bisschen konzentrieren Oh, Digga, ey, es ist so schwer Ich glaube mir nicht, wie schwer es ist Ich habe ja keine Ahnung von Driften Das fühlt sich an wie Autoscooter Kann man vergleichen Fährst du quer, siehst du mehr Ja, so, jetzt muss ich einen guten Drift hinpacken Nein Nein Scheiße Digga, es macht übel Spaß, oder? Macht schon Spaß Fühlt sich an wie Autoscooter nur noch schneller Ja, Mann Aber das Feeling ist ungefähr dasselbe Ja Junge Fühlt sich an wie im Rummel, Digga Okay, okay, okay So, ich versuche jetzt auch mal ein paar Donuts zu ziehen Jeden Tag Donut essen reicht ja nicht Wir müssen ja auch ein paar Donuts ziehen So Ja 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 Ah, das war zu schnell Ja 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 Ah 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 Nein Das war wohl nix mit dem Drift bei mir, weil er den ganzen Schnee schon weggefegt hat mit seinen Drifts. Ja na klar, bei mir rutscht das nicht so gut wie bei dir. Okay. Let's go! Wir haben nur Scheiße im Kopf man. Komm. Ja, das ist wirklich, das ist einfach Männersport. Nicht Männersport, sondern Männerspielzeug. Nein, nein. Dicker, das ist auch so ein anderes Gefühl hier oben. Ja man. Das ist wie auf dem Rummel. Als Kleinkind fühle ich mich gerade. Gib ihm, Digga, gib ihm. Vollgas. Bitte fahr nicht dagegen. Oh. Ey, das macht so einen Spaß sogar hier drauf zu sitzen, Mann. Ja, ja. Er kann es einfach. Der neue Matthias Malmedy hier am Start. Oh nein. Wieder ein Unfall gebaut. Ich wollte den Donut machen. Jo, yippie. Ey, ich sag euch ehrlich, so viel Spaß habe ich nicht mal auf dem Rummel gehabt. Nein, 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 nein. Oh. Ich glaub der geht nicht quer, weil ich zu schwer bin, oder? Ne, ich glaub das hängt mit mir zusammen. Also, ne, ich glaub nicht richtig gern. Warum geht das nicht? Oh, oh, jetzt wird's gefährlich. Jetzt wird's gefährlich. Ah, so. Matthias Malmedy Style. Gib ihm. Digga. Ey, dein Handy ist wieder runtergefallen. Ja, doch. Nein. Doch. Oh, iPhone 12 Pro kaputt gemacht. Ja, ja, nein. So, das war's mit dem Drift-Teil. Ich muss das Scheiß-Ding jetzt noch zurückfahren. Das wird... Ich hab Oggi für euch überredet. Ihr wollt doch bestimmt sehen, wie Oggi mit dem Teil im Straßenverkehr fährt. Ey. Es ist ihm schon unangenehm, der hatte eigentlich keinen Bock drauf, aber ich hab ihn jetzt genötigt für euch. Ja, ich fahr jetzt mit dem Ding, äh, zu der Garage und mal gucken, was uns so auf der Fahrt so passiert. Vielleicht halten uns die Cops an, oder? Wir sind halt im Winterdienst. Digga, das sieht aus wie ein Winterdienst-Fahrzeug. Ich sag dir ehrlich, also so hört er sich auf jeden Fall an. Naja, egal, mal schauen, was passiert. Bis dann.